Moin zusammen Freunde, grüße euch zu diesem Video. Ich bin mal wieder bei meinen Bekannten hier im Rhein-Sieg-Kreis unterwegs und das sind genau die Bekannten, die Ende letzten Jahres, einige von euch werden sich daran erinnern, einen über 24-stündigen Stromausfall haben. Und dann möchte ich euch mal diese hässliche Lampe an der Decke, älteres Haus und so weiter, zeigen. Lichtschalter. Die Lampe ist nicht kaputt. Nee Leute, es ist genau das eingetreten, was vor einem halben Jahr wieder war. Die gesamte Straße ist komplett ohne Strom. Ich bin noch nicht so sicher, ich würde jetzt hier im Bekanntenkreis ein bisschen rumtelefonieren, weil ich den einen oder anderen hier auch aus der Gegend kenne, wie es bei dem Stromtechnisch aussieht, aber hier ist wieder ein kompletter Stromausfall. Und man kann mir mittlerweile wirklich nicht mehr sagen, das passiert nicht häufig in Deutschland und das ist nicht häufiger als früher. Im Gegenteil Leute, ich empfinde, dass das deutlich häufiger passiert, dass es längere Stromausfallzeiten sind und das macht mir Angst, muss ich ganz klar an dieser Stelle hier sagen. Also ich halte auf euch auf dem Laufenden. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Vielen Dank.